Beim Sanitätshaus Köppchen in Solingen-Oligs stehen der Mensch und seine Gesundheit im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen Reha- und Orthopädietechnik, Homecare, Sanitätsprodukte sowie Schulungen von Patienten und Angehörigen. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für eine umfassende und ganzheitliche Beratung zur Verfügung. Schauen Sie bei uns vorbei! Untertitelung des ZDF, 2020